Ok, also mit 6 fängt der Raining Drag an. Der geht wieder rauf von 3 auf 5. Aber er greift nicht an. Er hat 2 Shield. Da bin ich aber froh. Und nächste Runde ist er Strengthened. Der hat sein Disadvantage und sein Immobilize sind jetzt weg. Also er hat 5 Leben und Shield 2. Na dann wäre ich ihn jetzt nicht fertig machen können. Gut, Ande. Was hast du denn anzubieten? Nein, weil dieses Attack 5... Wieso sollte es nicht... Achso, weil er 2 Shield hat. Also ein Leben erhält. Ja. Du hast ihm 6 Schaden gemacht. Muss von euch auch jemand. Ich kriege eine Erfahrung. Kann jemand von euch noch draufhauen? Die wären für sich genug Leute dran. Ja, aber da hat er wieder der Michi noch... Wir wollten beide mit der oberen Hälfte heilen. Ja, ja. Schauen wir mal. Der Michi wird er mal seine Heilung machen und wenn ich dann da haben bin... Warum heilst du dann? Das weiß ich... Deswegen... Ich warte mal ab, was dein Zug ergibt. Dann kann ich mich noch entscheiden, was ich mache. Nein, entweder ich knall den jetzt um, aber bitte Blunt Force verwenden, was eher ungut ist. Nein, du fügerst ja die Karte. Ja, ja. Fackt man gar nicht. Aber Retailate geht eigentlich durch, oder? Äh... Was? Er greift ja nicht an, diese Runde. Ah ja, stimmt. Blödsinn. Mach die Heilung. Wir können mit der oberen Hälfte angreifen, aber das ist dann halt ein sehr gewagtes Glücksspiel. Nein, nein, wir machen es so. Du machst die Heilung und ich werde wahrscheinlich mit der Angleis 3 angreifen. Ja, nein, nein. Das macht es hin, ja. Okay, also ich nehme Nature's Life. Heile dich mal Hartmann, um 2. Das ist vor allem eine Wunder weg. Das ist wichtig. Äh, du, der Rene hat auch eine Wunder, sehe ich gerade. Die wird noch... Ah. Aber die wird weggehen. Nein, die kannst du ignorieren. Die wird weggehen. Er hat eine Long Rest. Und dann heile ich den Decoy um 2, ne? Ja, das hat sich auch, ja. Sehr gut. So. Ja. Dann habe ich Move 2 und Retailate setze ich ein. Ich werde mich... ... daher bewegen. Weil, falls er überleben sollte, kannst du vielleicht auch noch einen Schritt weg gehen, weil dann ist nächste Runde das Decoy dran, ne? Vom Angriff. Ich gehe weg, weil ich einen Fernkampfangriff habe. Ähm. Genau. Okay, ähm, und ich bekomme eine Erfahrung. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, miche. Ähm, beweg dich neben mich. Weil ich werde jetzt die untere Hälfte von Reinvigorating Alexia einsetzen auf dich. Dann kriegst du alle der Karten zurück, die discarded sind. Carded sind. Ah. Ja, aber du musst neben mir stehen. Ah, okay. Ah, nein, stopp, stopp. Ja, doch. Ja. Nehmt ihr stehen. Ja, müsstest neben mir stehen. Genau das, ja. Okay, warte mal. Ich kriege noch immer eine Erfahrung. Und muss aber jetzt die Karten auch weglegen, ne? Die kommen auf den Discord-Pile, aber die kriegst du auch gleich zurück. Ja, aber die eine müsste ich so hinlegen, die müsste ich tappen, oder? Ähm, verwende nur den Move-Befehl. Ja, ich verwende nur den Move-Befehl. Du kannst sie gleich auf den Discord-Pile. Du könntest sie eh jederzeit auf den Discord-Pile legen. Ja. Ja, genau. Dann bleibt die Erfahrung und passt. Okay, dann bin ich dran. Ähm, achso, warte mal, stopp. Ein bisschen nach dem Discord greife ich mich disadvantage an. Wieder zwei Shields, ich brauche nur eine minus eins ziehen und er überlebt. Mach's. Aber trotzdem, ja. Also ich gebe dir mal alle Discarded-Karten zurück. Mhm. Und verliere die Karte. Übrigens, ähm, vorher ist mein Decoy noch dran, habe ich vergessen. Der bewegt sich zum Drachen hin und macht dann nichts. Und jetzt mache ich einen Angriff 3 mit Disadvanted. Die erste Karte. Plus Null. Und die zweite. Das ist ein Patzer. Ich verfehle ihn. Schade. Nein. Super. Ich hätte doch weggehen sollen und angreifen. Bäh. Gut, schön. Er ist ja genusorientiert. Er lebt weiter. Ja, wobei, dass du die Karten mir wieder auf die Hand geben hast, ist wesentlich besser. Weil das ist das eine Mal drauf, dann überlebe ich. Ja, ja. Oder? Ähm. Okay. Gut. Ähm, das war die Rumba. Disconnected. Das war's. Ah ja. Da ist er wieder. Boah. Bb. Ähm. Ne. Ich hab's nicht. 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 Wir laden auch. Nein, das ist schon ein TeamSpeak. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020